Was ist der Menschenleben? Ein Bild der Gottheit? Wie unter dem Himmel wandeln die irdischen alle, sehen sie diesen. Lesend aber gleichsam wie in einer Schrift die Unendlichkeit nachahmen und den Reichtum Menschen. Ist der einfältige Himmel denn reich? Wie Blüten sind ja silberne Wolken, es regnet aber von daher der Tau und das Leuchten. Wenn aber das Blau ist ausgelöschet, das Einfältige, scheint das Matte, das dem Marmelstein gleichet wie Erz. Anzeige des Reichtums.